Polyneuropathie Übung 1 Stellen Sie sich so auf den Untergrund, hier der Fußboden, dass Ihre Füße leicht versetzt nebeneinander stehen. So, als ob Sie einen sehr kleinen Schritt ausgeführt hätten. Dabei steht die Spitze des einen Fußes in Höhe der Mitte des anderen Fußes. Das ist der sogenannte Semitandemstand. Zur Armposition. Breiten Sie die Arme aus, um das Gleichgewicht leichter zu halten. Halten Sie diese Position 20 Sekunden bis zu einer Minute. Dann 40 Sekunden Pause. Drei Wiederholungen insgesamt. Alternativ können Sie die Arme an den Körper anlegen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.